mein friend herzlich willkommen und schön dass du eingeschaltet hast zur allerersten ausgabe die kompakte defensive hier in der ngu school ja fifa 23 ist mittlerweile seit knapp zwei wochen auf dem markt wir spielen das spiel ja auch schon ganz fleißig und dir ist bestimmt aufgefallen dass sich das spiel etwas verändert hat im vergleich zum vorgänger vor allem was die defensive betrifft also es ist weit wichtiger geworden aktiv zu verteidigen und gut zu verteidigen und aus diesem grund gibt es jetzt für dich das erste defensiv tutorial in der praxis hier in der ngu school wenn du in fifa 22 mit dabei warst dann weißt du ja wie der hase läuft hier bei den praxisbezogenen tiefgründigen tutorials und zwar dass wir das anders als wie bei youtube wo wir dort die ganzen szenen in der theorie haben und ich dir erkläre was ich da und da alles mache hier mit dir gemeinsam in eine praktische umsetzung gehe indem ich in division rivals ein game mache und dir zeige wie ich die defensive trainiere und wie ich es dir empfehle und vor allem ich kommentiere alles was in der defensive geschieht alles so dass du dann genau sehen kannst was ich drücke du siehst rechts oben dann auch den controller der wird eingeblendet sein das heißt du kannst immer wieder pause machen und dann nachschauen moment was hat er da gedrückt und was hat er da gedrückt also das ist ein hilfreiches tun und gleichzeitig werde ich alles kommentieren was ich kommentieren kann ich werde mir mühe geben es nicht so einfach hier meinen fokus zu streuen und ich habe recht viel erfahrung gemacht durch die live streams deswegen glaube ich auch dass ich das dennoch gut machen werde mir ist nur wichtig dass du siehst was zu tun ist und dass ich dir das auch nochmal klarer sage weil das anders ist als bei youtube wo du nur die szenen siehst und das wird dir sehr weiterhelfen bevor wir reingehen in die praktische erfahrung möchte ich dir kurz noch sagen welche tasten wichtig sind für die kompakte defensive per se du weißt ja dass mit dem linken stick logischerweise du dich bewegst das ist ganz klar das heißt es gibt ein paar wesentliche sachen die zu beachten sind wenn es um das thema defensive geht es gibt zwei phasen die habe ich auch auf youtube genannt in diesem theorie tutorial phase 1 da geht es vor allem darum dass du den gegner presst und dass du den raum eng machst pressen tust du mit r1 dementsprechend brauchst du die r1 taste oder rb auf xbox um den gegner zu pressen indem du immer wieder r1 drückt und den spieler an ihn ran schiebst um bisschen den raum eng zu machen so dass er nicht in die gefährliche phase 2 kommt und das ist die phase wo er dann in einer 1 gegen 1 situation mit einem innenverteidiger ist oder wo er zum beispiel sondern lenkt die spieler schickt und du erkennst ob jetzt muss ich den innenverteidiger anwählen hier gilt übrigens auch wie früher vor paar jahren habe ich da so einen wundervollen satz genannt und zwar laufe immer mit einem mittelfeldspieler zurück wenn du kannst und wähle niemals den innenverteidiger an wenn du nicht musst also das ist dann wirklich nur essentiell wenn du erkennst okay jetzt ist es soweit ansonsten schau immer dass du in phase 1 bleibst und mit dem pressing arbeitest dafür brauchst du natürlich auch spieler wechsel mit r1 wechselst du den spieler und mit dem rechten stick ich habe das in einer gesunden mischung verpackt r1 nämlich zumeist den nächstgelegenen spieler und wenn ich den innenverteidiger haben möchte weil ich merke der spieler schickt mit r1 jemanden für lengthy runs dann wechsel ich mit dem rechten stick nach hinten und ziehe zurück also das haben wir jetzt mittlerweile r1 für pressing linker stick fürs bewegen l1 beziehungsweise rechter stick für spieler wechseln und jetzt ist auch noch wesentlich l2 und r2 wann brauche ich das r2 nutzt so logischerweise nur fürs sprinten und das nutze ich persönlich nur wenn ich lange distanz zu überbrücken habe zum beispiel der gegner läuft am flügel und ich bin in einem laufduell mit dem dann laufe ich erstmal mit r2 sobald ich merke er will stehen bleiben aktiviere ich l2 und r2 für die flinken l2 r2 steps und das ist auch das stichwort l2 und r2 nutze ich die meiste zeit 80 prozent der zeit nutze ich l2 und r2 dann geht er so ein bisschen in die hocke und ist flink und beweglich und 15 prozent der zeit in etwa nutze ich nur l2 dann bist du noch viel beweglicher mit den l2 steps allerdings nicht so nicht so schnell wie mit l2 r2 und mit l2 r2 bist du nicht so beweglich wie mit l2 allerdings viel beweglicher als nur mit r2 allerdings nicht so schnell wie r2 das heißt die gesunde mischung ist l2 und r2 zu verwenden und ein gewisses gefühl dafür zu bekommen das sind die tasten die ich verwende du siehst oben dann den controller eingeblendet und ich werde es eh laufend auch kommentieren was ich drücke und was noch wichtig ist ist tackling taste tunlichst weglassen du brauchst sie echt 95 prozent der zeit nicht wenn du l2 r2 aktiviert hast und du läufst in den gegner hinein dann gewinnst du den ball der tacklet automatisch oder der gegner läuft in dich rein und du gewinnst den ball so gehst du nicht so viel risiko dass du mit kreis einen schritt zur seite machst ins leere und der gegner dann an dir vorbeiläuft weil dann bist du behäbig und so bleibst du immer flink ja das sind quasi die tasten das ist einmal die zusammenfassung was ich alles drücke damit du bescheid weißt und jetzt gehen wir in die praktische erfahrung und schauen uns das mal live im gameplay aktuell bin ich die vision 2 das siehst du im hintergrund ich habe mich da auch bei einem meilenstein festgesetzt und bin kurz vor division 1 das holen wir auch ganz bald das ist mein aktuelles team du siehst nach der vergangenen week in die konnte ich das team stark aufbessern ich habe gute 16 winds geholt paar mal recht knapp verloren aber ist eine souveräne week in league gewesen ich bin sehr zufrieden und habe mein team weiter verstärken können mit paketta mit neymar mit walker und mit ederson und das team sieht jetzt auf jeden fall sehr schmackhaft aus jetzt sind wir allerdings bei der defensive deswegen gehen wir jetzt gleich ins gameplay ich spiele 4222 das ist die betontaktik die findest du auch dann hier nochmal im detail erklärt mit den auffrischungen was die taktiken angeht das in dem betontaktik video in der anderen kategorie und jetzt gehen wir rein ins wesentliche nämlich in das gameplay es ist division 2 und ich empfehle dir wenn du spielst dann spiel auch gerne division rivals nutze es für dich weil da hast du gute gegner die dich so ein bisschen fordern das wird dann interessant also wir haben jetzt ein gegner gefunden und gehen auch direkt in die partie hinein eine sache möchte noch erwähnen solange das team vorgestellt wird bitte spiele die angriffe trotzdem ernst aus mach sie ganz ganz schnell allerdings ernst so dass der gegner nicht das gefühl hat dass er respektlos oder geringschätzend behandelt wird das ist wichtig weil niemand möchte das gefühl haben nicht ernst genommen zu werden du kennst das bestimmt und deswegen wollen wir das auch nicht tun du fokussiert sich auf die defensive wird deswegen spielst du so schnell wie möglich die angriffe aus und dann verteidigst du ja das ist der plan so also du siehst erste instanz step 1 ist zu schauen dass du phase 1 so lange wie möglich hält so hier ist direkt der fehlpass wir werden das beim zweiten mal noch mal besser machen das ging jetzt ein tick zu schnell meiner meinung nach ich konnte es auch gar nicht richtig kommentieren schau mal ich schicke jetzt einmal hier durch da ist raum okay ball verloren so jetzt pass auf also zurück hier du siehst ich laufe zurück und mit r1 schicke ich so ein bisschen den spieler da war leicht raum weil ich den außenverteidiger leicht drauf geschickt hat zum pressen das ist riskant aber auch eine möglichkeit schau mal ich schicke hier durch ball ist weg und wieder zurück schau mal jetzt laufe ich mit dem außenverteidiger da mit r2 jetzt aber sei wachsam sofort l2 r2 wenn er hier ist damit du dich hier bewegen kannst die verbindung ist nicht die feinste aber wir kriegen das hin haben wir verteidigt so nächster angriff wir schicken hier einmal durch einmal hopp kommt der an der kommt an unglaublich also so schnell wie möglich einfach die angriffe schaut er geht sogar rein 1 0 haha ja okay 1 0 nehmen wir mit aber wir gehen auf jeden fall noch in ein zweites game so zweiter versuch leute wir gehen in ein zweites game hinein der erste gegner hat gequittet bei 1 0 wundert mich etwas weil ich spiele division 2 da sind eigentlich schon wirklich gute gegner unterwegs die fordern uns auch so die kamera ist hier gerade etwas sonderbar egal auf jeden fall schau mal anwählen und mit r1 den zweiten spieler immer ein bisschen schicken immer erste instanz phase 1 da zack ball ist weg siehst du wenn du in phase 1 dich bewegst dann machen die gegner manchmal ungeduldige pässe und dann ist der ball weg und das nehmen wir natürlich mit so da ist raum vielleicht klappt es sogar da unten zack 1 0 let's go das war der miyagi run kommt auch noch hier in der praxis so ball ist wieder weg und ball ist wieder da so jetzt allerdings nach hinten switchen schau mal nach hinten zulaufen und dann kannst du wieder nach vorne switchen schau jetzt bin ich wieder da siehst du schon pressing und ball ist weg doch nicht und zurück nach hinten und wieder da du erkennst am controller was da genau geschieht du kannst immer wieder auch stoppen so wir schicken schnell den spieler das ist abseits alles gut gegen nach dem ball also phase 1 mit r1 verteidigen ja du siehst phase 1 r1 und so oft du kannst so phase 2 jetzt weil das ist jetzt knapp siehst du ich habe jetzt den war anwählen müssen mit dem rechten stick weil ansonsten wäre es ganz gefährlich geworden werden wir vorbeigeprescht vor allem mit längst die spielern so schicken wir mal hier ball ist weg okay vorsicht jetzt phase 1 erstmal zurückziehen du siehst l2 r2 l2 r2 so phase 2 wieder phase 1 sobald überzahlspiel von dir ist phase 1 jetzt ist phase 2 waran hat den ball sehr gut ich nenne das immer so damit du da auch klarheit hast so ball ist wieder weg also du siehst durch die kompaktheit vor allem wenn der gegner es schnell versucht holst du dir da viele bälle hier kommt ein guter pass auf mbappé vielleicht wieder der miyagi run ja halb so wieder zurück schau mal da fängt schon defensiver an ganz vorne schau mal zurückziehen mit l2 r2 hier zurückziehen l2 r2 so zurück phase 2 unbedingt ganz wichtig wieder phase 1 ball ist weg phase 1 immer noch l2 r2 mit r1 schicken da auch immer noch phase 1 das ist in ordnung so jetzt jetzt gefährlich phase 2 das wird ganz gefährlich jetzt ja da ist ein treffer ab zu spät gewechselt und dementsprechend ein verdientes eins zu eins verzeihe bitte wenn ich manchmal hier etwas zu spät reagieren oder so es ist echt nicht einfach alles im detail zu kommentieren und gleichzeitig auch all die mechanismen innerhalb von dem bruchteil einer sekunde durchzuführen da bin ich manchmal zu spät dran aber es geht darum dass du siehst wie ich es mache damit du es dann auch machst so nix angriff machen wir den mal schnell neymar neymar oi 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 scheiße wieso ist dieser ball nicht drin ok defensiver let's go also zurückziehen zurückziehen schau mal phase 1 noch phase 1 seit 2 auf vorne wieder phase 1 du holst deinen zweiten mit dazu ein bisschen ein bisschen so da ist jetzt raum nach hinten so phase 1 da jetzt jetzt phase 2 wenn er hier ist phase 2 unbedingt ne ne so jetzt bin ich da du siehst du oder der lacht sich so ein bisschen durch phase 2 phase 2 gegner macht das toll gegner macht das toll aber hat nicht gereicht das war alles phase 2 jetzt mit l2 und r2 du hast es gesehen schau oben am controller und wieder so phase 1 phase 2 phase 2 ganz wichtig hier sobald er den raum hat und da keine zwei drei spieler von dir da sind die du nutzen kannst für r1 pressing immer phase 2 mit deinen bewegungen l2 r2 ja versucht wieder den schuss die gehen nicht mehr so gut diese l2 schüsse mal wieder einen schnellen angriff ich schicke mal jetzt auch meinen spieler das ist ganz riskant wenn ich den ball hier verliere ja tue ich auch da kann ich ein bisschen zeigen wie ich den notfalls dann verteidige so schau mal da da musst du unbedingt immer immer mit den finden du willst an gehst leicht raus und wieder zurück oft ist es so dass er dann in dich hinein läuft und du hast den ball das hast du jetzt gerade gesehen gutes beispiel da wieder habe ich den nein so l1 dreieckig schick einfach mal damit er den ball hat es geht hier nicht um den sieg es geht darum dass du so oft wie möglich vernünftig verteidigst zurück schon mal erst mal zurück und das reicht schon das reicht schon doch jetzt wieder mit r2 achtung jetzt hier zurückziehen mit dem innenverteidiger ganz ganz wichtig ich glaube das ist abseits ja das abseits unbedingt zurückziehen mit dem innenverteidiger damit er nicht den dreieckpass spielen kann wenn er den dann so spielt ist halt abseits aber das ist ganz ganz gefährlich so war dann noch mal zeit so defensive zurück mit r1 bisschen pushen schau zurück und ich hoffe ich da dran bin aktiv und mit r1 schicke ich den zweiten so jetzt hier wieder raus dran und er muss zurück passen er kommt da nicht nach vorne du siehst immer wenn du den raum eng machst dann muss er seitenwechsel machen und ball ist weg genau solche sachen kannst du bewerkstelligen wenn du da wirklich achtsam verteidigst so was auch zurück wieder so rechter stick ganz ganz wichtig ganz ganz wichtig er hat jetzt nicht geschafft vernünftig abzuschließen weil ich dran war und mit r2 verteidigt habe gegner macht das offensiv auf jeden fall sehr gut gerade sehr quirlig sehr flink in der offensiv nicht einfach zu verteidigen ergo tolles training ich schicke immer durch damit er so schnell wie möglich den ball hat und dann wieder zu verteidigen schau achtung wieder l2 r2 so hier mit l2 und r2 ganz wichtig ganz wichtig dran bleiben hier auch pass auf so zack weg ist der ball ganz ganz wichtig ganz wichtig dass du da nach hinten wechselst wenn der eins gegen eins situation ist das ist phase zwei das ist höchste alarmstufe ball ist weg wieder zurück schau jetzt da siehst du und weg ist der ball ganz ganz wichtig ich kann es nur immer wieder sagen sofort zurück zu ihm und dran bleiben geh auf ihn drauf und zieh wieder zurück aber wenn er auf dich zuläuft dann holst du dir den ball weil die zusammen stößt aber du willst ja eigentlich eh auch zurückweichen deswegen nimmst du diesen ball gewinn gerne mit so halbzeit du siehst also es geschieht immer wieder dasselbe phase 1 mit r1 erstmal arbeiten und den es den gegnern schwer machen oft werden sie dann hektisch oder unvorsichtig und machen den fehlpass manchmal stechen sie allerdings auch nach vorne und dann musst du sofort zurück zum innenverteidiger und dort dich bewegen entweder zurücklaufen oder im eins gegen eins dann wachsam sein und immer bereit sein auch wieder zurückzuweichen nicht zu weit rauslaufen gerade quirlige gute gegner wie der kollege machen es dir dann schwer du siehst es ist nicht einfach für mich vor allem wenn ich es gleichzeitig kommentiere aber erste halbzeit haben wir gut überstanden und wie machen wir es in der zweiten halbzeit das werden wir jetzt sehen los geht's wir haben anstoß ich mach da mal einen schnellen angriff wieder oder schnellen ballverlust da ist raum da ist noch mal raum da ist noch mal raum und da ist kein tor so wieder zurück schau mal erste instanz immer zurückziehen immer zurückziehen erst mal am besten mit dem zm hat er da vorher ein bisschen raum gehabt aber hat er nicht gesehen da ich habe den nicht mal weg gewechselt den spieler das heißt immer so oft du kannst zurücklaufen mit dem zm hilft auch da ist raum ja den sieht er sehr gut ja ja und tor nein ins nichts haha ok weiter jetzt hat er abstoß schon mal zurück und hier bleibe ich erst mal jetzt wechsle ich da nach vorne so ganz gefährlich so jetzt mit dem rechten stick nehme ich immer das habe ich jetzt verkackt aber ich wähle den innenverteidiger an das kriegen wir schon noch hin naja fast kriegen wir sind so das habe ich jetzt verkackt muss ich wirklich sagen war mein fehler und zack schon mal wenn du zweimal ein fehler machst kassierst du zwei tore umso wichtiger ist es dass du siehst wie wichtig gutes defensivspiel ist ich verkack das halt öfter hier du siehst im stream passiert mir sowas nicht ich verkack es hier öfter weil ich hier natürlich regelmäßig angreifen lasse er hat fünf mal so viele angriffe wie normalerweise wenn ich mein ball besitz spiel starte und ich kommentiere das zeitgleich deswegen ist es nicht ganz so einfach für mich aber definitiv eine tolle übung ich lasse es rennen du sollst es sehen dieser pass war so wunderschön schau zurück und weggesagt immer zuerst den z m immer zuerst den z m ganz ganz wichtig so nächster schau mal zurückziehen zurückziehen da fängt defensiv an so z m zurückziehen jetzt außenverteidiger anwählen und hier achtsam sein jetzt innenverteidiger anwählen und weggesagt ne doch noch nicht hast du gesehen wie er versucht dann innenverteidiger wieder da musst du sein da musst du wachsam sein ganz ganz wichtig jetzt wird er kreativ also es geht hier nicht um sieg oder niederlage das spielt für mich keine große rolle mir geht es hier darum dir das anschaulich zu machen wie du zu üben hast in der defensive der ball ist weg let's go also zurückziehen zu allererst mal schau mal zurück und weg ist der ball ja extrem häufig hole ich mir mit dem z m den ball weil ich nicht zu früh nach hinten wechsel solange noch phase 1 ist so zurück wieder und unbedingt rechter stick rechter stick zurücklaufen und jetzt nach vorne da siehst du das heißt du läufst erst mit und dann inmitten drehst du die richtung um und gehst auf ihn los sobald du das einmal abgelaufen hast kannst du schon abbrechen und nach vorne gehen weil er läuft ja mit sprint auf dich zu wieder zurück schau mal erst phase 1 so ich bin noch da und weg ist der ball siehst du es reicht oft aus es reicht wirklich oft aus dass du hier einfach mal ein bisschen vorsichtig bist so wieder zurück und er rein so oft ich kann damit ich ein bisschen die lücken zumindest schließe schau mal da und schau dir das an da weg ist der ball jetzt kriegt er wieder zurück da jetzt l2 r2 wichtig dranbleiben 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 weg ist er das war jetzt phase 2 ganz ganz wichtig vor allem nach einem ballverlust wie jetzt gerade ein sehr gutes beispiel da wieder schau mal zurück da siehst du das passt und immer achtsam sein weil manche kriegen das schneller hin dass sie das so überbrücken und dann sofort mit dem rechten stick nach hinten und dann l2 r2 also wieder jetzt unbedingt zurückziehen l2 jetzt hier anwählen zurückziehen da kommt schon mit der 1 zur unterstützung weg ist der ball das sehe ich sofort wenn da der raum eng wird weiß ich dass der da nicht durchkommt das kriegst du irgendwann ins gespür wieder zurückziehen da zurückziehen bisschen auf ihn drauf pressen wenn möglich wenn es nicht möglich ist dann ziehst du einfach zurück so l2 r2 phase 2 jetzt vielleicht wieder phase 1 jetzt ist der phase 1 schau mal wie viele leute da sind da kommt er nicht durch jetzt wieder immer noch phase 1 immer noch phase 2 da bin ich siehst du du weißt ja wo der hin will also die gegner machen ja immer ähnliche sachen das machst du ja auch du willst immer zu einem bestimmten spot so nimm die angriffe von mir bitte nicht allzu ernst also ich spiele da immer ganz schnell nach vorne ich drehe mich auch gar nicht kein zick zack kein nichts einfach damit ich hier so schnell wie möglich den ball auch her gebe und wenn ich durchkomme komme ich durch so l2 zurückziehen da und weg ist der ball siehst du das war ganz wichtig viele machen das viele spielen nur auf das hier l2 und nach vorne chippen und dann ist wichtig für dich einfach zurückzuziehen ja da war mal raum ok zurück l2 und zurückziehen schau mal und dann lässt du es los und weg ist der ball du ziehst zurück und danach gehst du wieder auf den zm sobald du es einmal kurz verteidigt hast wollen wir noch probieren tor zu schießen miyagi run das war leider sehr verkrampft weil er irgendwie halb gespielt hat aber trotzdem war es gefährlich schau zurück 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 auch oben oben und l2 r2 das hat jetzt zum beispiel auch gut gemacht der gegner also darf man ja nicht vergessen die gegner sind auch kreativ also vor allem wenn wir ihm dutzende chancen geben wir sind nicht unfehlbar leute wir machen fehler das ist völlig in ordnung sei da ja nicht zu hart mit dir bleib weiter dran und nächste aktion und nächste aktion alles gut bitte ist nichts dabei schau mal ich habe dem jetzt dutzende möglichkeiten gegeben wir haben zwei tore kassiert zweimal hat das auch echt gut gemacht das ist echt in ordnung schau jetzt achtung vielleicht versucht das ja nochmal hier sich durch zu schau jetzt schicke ich mir den r1 hin das war aber allerdings ganz ganz gefährlich den habe ich das war wieder eine tolle 1 gegen 1 situation ok ja 1 2 ist in ordnung war nie das ziel ein spiel zu gewinnen sondern das ziel war zu gewinnen indem du hinten so oft du kannst gut verteidigst und das haben wir echt stark gemacht du hast gesehen er hatte dutzende angriffe zwei davon hat er auch schön reingemacht und darum geht es eigentlich im wesentlichen und das machst du immer und immer wieder die macht der wiederholung mach das jeden tag zweimal zwei spiele so jeden tag eins es reicht auch manchmal auch nur eins aber dass du nur gezielt das machst die ganze zeit über nur das egal wie viele tore er schießt du wirst merken es werden immer weniger tore werden und wenn es dann darauf ankommt und du dann anfängst auch aufzubauen und den ballbesitz spielstil da zu lassen oder zielstrebig anzugreifen dann ändert sich ja sowieso alles dann hat er nicht zehnmal mehr angriffe als du so wie in der übung du wirst es dann spüren du siehst hier die statistik nochmal er hat sieben schüsse insgesamt gehabt wie viele waren davon aufs tor fünf waren aufs tor also ich habe ihm glaube ich die ganze zeit ball gelassen damit er eben aufbauen kann und torchancen herausspielen und sieben schüsse und fünf aufs tor ist eine gute statistik da kannst du dich irgendwo einpendeln weil du gibst ihm ja eigentlich die ganze zeit den ball dass er was macht also kümmere dich da nicht um auch wenn du ein tor kassierst bleib kontinuierlich dran ja das war es im wesentlichen jetzt hast du gesehen wie ich das mache ich habe es so oft ich konnte kommuniziert was ich gerade mache du erkennst immer wieder die gleichen Muster mit dem ZM erstmal unterstützen mit R1 zusätzliche Unterstützung anfordern und Phase 1 so lange halten wie möglich und wenn das nicht klappt und der passt nach vorne Phase 2 mit dem nach vorne gehen und wieder zurückweichen und das wiederholt sich immer und immer wieder und wenn du dann konzentriert bist und wirklich dein Fokus 100% darauf liegt dann wirst du nochmal besser verteidigen aber nutze das genauso als Übung und du wirst spüren wenn du dann nicht mehr übst sondern wirklich ingame bist wirst du weit weniger Defensivszenen haben aber dadurch dass du so eine Masse an verursachten Defensivszenen zur Übung hattest wirst du spüren dass du immer besser und besser stehst und dafür reicht ein Spiel am Tag vielleicht zwei zu viel soll es nicht sein wichtig ist dass du es jeden Tag machst das ist das Gesetz der Minimalkonstanz es ist nicht unbedingt wichtig wie lange du jeden Tag trainierst sondern dass du jeden Tag trainierst dein Unterbewusstsein wird es dir zeigen ja bleib dran und ich wünsche dir ganz viel Freude und gutes Gelingen bei deiner kompakten Defensive dem FIFA 23 Beton da hinten ich hoffe das Video hat dir Freude bereitet und wenn es dir gefallen hat dann lass ein Like da auf das Video kommentiere gerne und tritt dem NG Universe Discord bei den findest du in der School ganz unten dort gibt es nämlich auch bald was Trading angeht tolle Sachen mit Unterstützung von Sascha von No Time und den werden wir wieder ein bisschen ankurbeln teile dort gerne deine Erkenntnisse weil du kannst genauso anderen Menschen helfen das bin ja nicht nur ich ich freue mich dass du mit am Start warst Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg das war es für heute und wir sehen uns wie immer beim nächsten School Video Tschüss bis dann